Herzlich willkommen zu meinem kleinen Vortrag. Es ist tatsächlich das allererste Mal, dass ich auf einer Konferenz sprechen darf. Ich bin gerade ein bisschen aufgeregt, aber einmal vielen Dank, dass ich hier sprechen darf. Und ja, ich bin gespannt. Es geht heute um unter der Haube der JVM. Mal ein bisschen tiefer reingeguckt. Und zwar das Java-Speichermodell im nebenläufigen Programm. Einmal kurz zu mir. Na, jetzt will er mich hier. Kunde. Mein Name ist Christian Iwanzig. Ich bin Softwareentwickler. Dippel-Inf in Klammern-FH habe ich mal gemacht. Meine Steckenpferde zurzeit sind so ein bisschen alles, was sich um die JVM herumdreht. Richtung Kotlin, Scala, auch mal Java. Vor allen Dingen aber auch Domain-Driven-Design. Ganz in Bindungen Richtung Microservice-Architektur. Eigentlich so das ganze Prozedere von der Entwicklung über CI, CD-Systeme, bis das ganze Ding halt irgendwie läuft. Zurzeit war ich bei der Teren Solutions in Bonn angestellt, der ich danken darf, weil in dieser bezahlten Arbeitszeit durfte ich diesen Vortrag hier vorbereiten. Das ist auch immer ganz nett. Hier unten ist unser kleines Team. Das ist halt schön familiär und alles toll. Gut, aber ich möchte damit auch nicht lange aufhalten, sondern direkt in die Thematik einsteigen. Wenn wir nebenläufig programmieren, dann ein bisschen Dokumentation lesen, uns ein bisschen einlesen, dann kommen haufenweise Sachen wie Concurrency und Tomacity. Wir haben irgendwelche Logs, dann haben wir Futures, die sind relativ modern noch und so weiter und so fort. Und das ganze Prozedere erschlägt uns und eigentlich wissen wir gar nicht, was damit zu tun ist. Da möchte ich heute einfach ein bisschen den Nebel lichten, ein paar Begriffe erklären, auch um einfach zu verstehen, was tatsächlich im Rechner, während wir mit solchen Konstrukten arbeiten, tatsächlich funktioniert. Dazu gehe ich erst einmal ein bisschen runter in die Hardware. Das hier ist ein Hardware-Memory-Model, wie es so in modernen Rechner-Architekturen vorkommt. Wir haben hier oben unseren Hauptspeicher. Von diesem Hauptspeicher geht es da ein bisschen tiefer in die Prozessor-Architektur rein. Meistens haben wir hier so einen L3-Cache. Der wird nochmal über alle Prozessorkerne aufgespannt. Das heißt, jeder Prozessorkerne kann auf den selben Speicher zugreifen. Da geht es ein bisschen tiefer in den L2-L1-Cache und ganz unten halt in die CPU-Register rein, wo das Ganze dann dabei ist. Jetzt ist es so, in der nebenläufigen Welt haben wir hier ein bisschen Daten, da oben haben wir ein bisschen Daten, viele Kopien, weil Caches kopieren ja. Und da kann es dann halt zu Komplikationen werden. Jetzt ist dieses Hardware-Modell relativ kompliziert. Einfacher macht es uns da die JVM, denn die JVM selber abstrahiert da sehr viel. Hier haben wir das Java-Memory-Model. Das ist ein bisschen vereinfacht. Hauptsächlich haben wir hier den Heap. Das ist quasi unser Hauptspeicher. Wenn wir unser Java-Programm starten, landen da alle Daten, die irgendwie gerade verarbeitet werden, etc. Wenn wir einen Thread starten, dann bekommt jeder Thread erstmal einen Stack und unten drunter dann irgendeine Ausführungseinheit, damit es da auch operieren kann. Um zu verstehen, wie jetzt Daten von Heap über Stack und von diesem Stack in diesen Stack hier reinkommen, gucken wir uns Folgendes an. Achso, ich beschreibe jetzt ab sofort immer diesen Stack hier als Cache, weil im Endeffekt interessiert uns hier mehr die Cache-Ebene dieses Stacks. Im Stack selber sind noch Informationen über den Thread selber halt gespeichert. Aber im Folgenden wollen wir uns hier mehr auf den Cache halt konzentrieren. Das ist halt hier so ein kleines vereinfachtes Modell wieder. Wir haben hier einen ersten Thread, da einen zweiten Thread, in der Mitte den Heap. Und ganz am Anfang müssen wir zwei Operationen verstehen, die innerhalb dieses Java-Memory-Models operieren. Das eine ist das Flush. Ein Flush ist folgendermaßen, der Inhalt meines Caches wird zurück in meinen Heap geschrieben. Das zweite ist ein Refresh. Ein Thread, der Zugriff auf neue Variablen oder aktualisierte Variablen haben möchte, liest Daten aus dem Heap und speichert sie zurück in seinen Cache. Gut, bis dahin erstmal Fragen, ich denke, das ist relativ verständlich. Diese beiden Operationen sind jetzt essentiell, um jetzt im nächsten Schritt Probleme zu verstehen, die aufgrund dieser Operationen auftreten können. Weil das Java-Memory-Model hat zwei dieser Operationen, sagt uns aber zu keinem Zeitpunkt, wann die tatsächlich ausgeführt werden. Das führt zu drei Problemen. Einmal Atomicity, dann die Visibility und die Ordering. Beziehungsweise das sind drei Aspekte im nebenläufigen Programm, wo es da zu Problemen kommen kann. Fangen wir mal mit Atomicity an. Ich habe hier so ein kleines, ja, vereinfachtes Programm geschrieben. Also, wer jetzt kein Java kann, hoffe, er versteht es einigermaßen. Ich habe es versucht, ein bisschen un-Java-lastig zu sein. Ich arbeite mal gerade mit dem hier. Wir haben hier eine Number und ein Flag. Wir haben hier eine Methode, die in Thread 1 läuft. Hier eine Methode, die in Thread 2 läuft. Die Number wird hier auf einen sehr langen Long gesetzt. Das Flag auf True. Bei dem Read wird gefragt, ist Flag True? Wenn ja, geht bitte auf der Konsole, oder es ist aber halt Standard Out, den Wert von Number aus. Ich erwarte, dass, wenn dieser Thread hier läuft, diese beiden Werte gesetzt werden. Und hier, wenn das Flag halt True ist, dann soll ausgegeben werden. Jetzt gehen wir zurück in unser Modell. Ich habe hier den ersten Thread, dort im zweiten Thread. Ich setze das auf diesen sehr langen Long. Hier gebe ich aus. Was erwarte ich hier? In diesem Long, wissen wir alle, haben 64-Bit. Dieses 64-Bit, jetzt müssen wir ein bisschen umdenken in frühere Zeiten, als es noch 32-Bit-Systeme gab, besteht vor allen Dingen an 32-Bit-Systemen, und das passiert tatsächlich mit allen Datentypen, die irgendwie größer als meine Architektur sind, basiert auf 32-Bit-Systemen aus zwei Zuweisungen. Zweimal 32-Bit, das heißt, in einem Prozessorzyklus wird der eine Wert gesetzt, die ersten 32-Bit. In dem zweiten Prozessorzyklus werden die nächsten 32-Bit gesetzt. Jetzt die Frage, wann passiert ein Refresh, wann passiert ein Flush? Es kann jetzt passieren, weil mir das Memory-Model-Meme sagt, wann diese Dinger passieren können, dass nach der ersten Zuweisung bereits ein Flush passiert. Der zweite Thread nimmt sich ein Refresh und schreibt die ersten 32-Bit in seinen Cache rein. Die zweiten 32-Bit sind dabei noch nie geschrieben worden. Die kommen erst danach. Das heißt, was könnte uns, angenommen haben, Flag ist jetzt true, für Ausgaben haben für dieses x hier hinten? Wir könnten 0 haben. Es ist noch nichts passiert. Wir könnten 2 hoch 32 minus 1 haben. Das heißt, irgendwo sind die ersten 32-Bit geschrieben worden. Oder wir haben den vollen Wert von x. Das sind jetzt Probleme, die tauchen tatsächlich auf der Entwicklermaschine unheimlich selten auf. Ganz einfach, weil wir da keine Last haben. Wir haben relativ, wenn wir eine nette Firma haben, ordentlich Power in der Maschine. Wird da nicht auftreten. Auch in Produktion werden wir das eher selten passieren. Aber jetzt passiert es, dass irgendwie das Marketing hat eine neue Werbestrategie herausgebracht. Die Kunden rennen uns die Bude ein. Und es ist ordentlich Last auf der Produktivmaschine. Die Kerne sind alle komplett ins Anschlag ausgelastet. Und dann passiert auf einmal sowas hier. Und dann stehen wir da. Wo ist der Fehler? Finde ihn. Entwicklermaschine hat ordentlich Dampf, keine Last, tritt nicht auf. Und da kommt es dann wirklich zu Problemen. Gut. Gehen wir weiter. Die Visibility. Das war jetzt Atomicity. Also die atomaren Eigenheiten von Operationen. Die Visibility. Hier gucken wir uns jetzt mal etwas näher das Fleck an. Die Visibility beschreibt die Sequential Consistency. Die ist ein bisschen ähnlich zur Atomicity. Von daher werden wir jetzt hier relativ ähnliche Sachen haben. Aber auch hier spielt wieder dieses Flush und dieses Refresh rein. Was passiert nämlich? Der Thread 1 schreibt das Fleck auf True. Mein letzter Flush ist aber irgendwann vor dieser Operation passiert. Danach kommt erstmal lange Zeit nichts mehr. Der Thread 2 wartet jetzt auf eine... Beziehungsweise kann jetzt so viele Refresh machen, wie er will. Weil er liest ja immer aus dem Heap. Hat aber diesen Wert hier, True, niemals zu Gesicht bekommen. Das heißt hier, Ausgabe False. Das ist jetzt, wie gesagt, wieder in einer nicht ausgelasteten Umgebung kein Problem. Weil irgendwann kommt das Thread 2 vielleicht nochmal. Der arbeitet jetzt in so einer Schleife, wartet, bis dieses Fleck irgendwann mal auf True ist. Das heißt, irgendwann kommt hier mal ein Flush rein, weil das Memory Model hat jetzt einfach mal genug Zeit, die ganzen Sachen zu flaschen. Und der Thread 2 kann dann arbeiten. In einer Umgebung, wo ich sehr, sehr viel Last habe, kann es jetzt aber passieren, dass mein Thread 1 hier erstmal lange Zeit still liegt. Und da passiert einfach nichts. Weil vielleicht andere Threads gerade irgendwie in der Priorität höher gelegen werden, etc. Das heißt, hier kann es passieren, dass ich auf einmal auf das Problem der Starvation ankomme. Das heißt, der Thread 2 wartet einfach so lange in der Schleife, bis irgendwie dieses Fleck oft mal auf True ist. Es passiert aber nie. Obwohl es schon längst passiert ist. Es sieht es aber halt nie. Zweite Problem. Die Ordering. Das ist eins der fiesesten Probleme, von denen man hören kann. Was passiert dabei? Ich habe hier ein X, setze ich wieder auf meinen ziemlich großen Long-Wert und mein Flag True. Mein zweiter Thread gibt jetzt einfach mal beide Werte aus. Ist auch alles gut. Beim ersten Thread 1 mache ich ein Flash. Das heißt, die ganzen Daten kommen rein. In meinem zweiten Thread kann es aber passieren, dass ich noch einen partiellen Refresh bekomme. Das heißt, dieses Reordering ist folgendermaßen definiert. Innerhalb meines Threads passiert die Reihenfolge der Operationen, genauso wie ich sie hingeschrieben habe. Das garantiert mir die CPU und auch das Speichermodell. Da passiert nichts. Sobald ich aber aus diesem Thread rausgehe, in einen anderen Thread, passiert ganz, ganz viel tolle Magie. Die JVM optimiert, Compiler optimiert. Selbst der Prozessor unter der Haube macht noch mal gegebenenfalls Reorderings. Wenn er irgendwelche, ich mache zum Beispiel eine Zuweisung zu einem Int, danach mache ich irgendeine Berechnung, mache noch mal drei Zuweisungen zu Int und die CPU sagt, ja Moment mal, wenn du fünf Zuweisungen zu Int hast, die kann ich in einer Operation irgendwie zusammenbasteln oder solche Sachen. Kann passieren. Das heißt, die CPU macht da ein Reordering rein. Und auch die JVM. Heißt für uns, sowas kann passieren. Das heißt, ich habe eine Ausgabe mit dem Wert 0 und Flag ist true, obwohl die hier in der anderen Reihenfolge abgearbeitet wurden. Kann passieren. Innerhalb meines Threads ist alles safe. Da bin ich sicher. Sobald ich aber irgendwie diese Speicherbereiche irgendwie in andere Threads reinkopiere, da können genau solche Sachen vorkommen. Okay. Wir haben jetzt diese drei, ja, Fehlerteufel entdeckt, die wir irgendwie in unserem Programm finden können. In Produktion sollten sie nicht auftreten, weil da sind sie echt schwer zu finden und das kann echt teuer werden. Also da kann man schon mal gerne so zwei, drei Arbeitstage für verbraten, damit man mal so einen Fehler findet. Ist teuer. Dafür gibt es aber in Java drei, ja, eingebaute Dinge, die man dafür verwenden kann, um genau diese drei Fehlerteufel auszumerzen. Kommen wir zum ersten Punkt. Das ist das Final. Das Final kennen wir aus Java meistens für Konstanten. Das heißt, ich deklariere eine Variable als Final, weise ihr einen Wert zu und diesen Wert kann ich nie wieder ändern. Ist halt konstant. Das Final ist aber nicht einfach nur ein Syntaktik-Sugar oder ein Compiler-Feature, das ich habe, sondern das steckt tatsächlich tief im Byte-Code drin, weil es hat direkten Einfluss auf das Java-Memory-Model. Was passiert nämlich bei einem Final? Bei einem Final, wenn ich einem Final einen Wert zuweise, passiert sofort ein partieller Flush genau für diese Final-Variable, weil das Java-Memory-Model uns garantiert, eine Final-Variable, sobald sie einen Wert zugewiesen hat, ist sofort im Heap vorhanden. Das garantiert es uns. Ein kleines Beispiel wieder hier. Ich habe hier meine Klasse FinalConcurrent, die macht genau das, die hat eine FinalX und ein IntY. Ich habe hier einen ersten Thread, die initialisiert hier meinen FinalConcurrent und ich habe einen zweiten Thread, der sagt, wenn f ungleich Null ist, dann gibt mir x und y irgendwie aus oder weiß oder mach irgendwelche Berechnungen damit. Sobald das hier passiert ist, Final ist gesetzt, es passiert sofort ein partieller Flush. Hier lese ich jetzt von einem Final-Wert und das Java-Memory-Model garantiert mir auch hier, wenn ich in einem anderen Thread bin, der von diesem x hier noch nie was gehört habe, dann mache ich sofort einen Refresh auf diese Variable, um diesen Wert zu bekommen. Da sie Final ist, da sie Final ist, garantiert mir das Java-Memory-Model, dass sich auch an diesem Ding nichts mehr ändern wird. Das heißt, jede weitere Lese-Operation braucht keinen Refresh mehr zu machen, weil das JMM oder Java-Memory-Model uns garantiert, dass dieser Wert sich niemals ändern wird. Bei y hier unten ist der Fall anders. In dem Thread hier kann ein Flush passieren, es muss aber nicht sein. Wenn mein zweiter Thread von y noch nichts weiß, mache ich erstmal einen Refresh und der Refresh sagt mir dann, ja, das kenne ich nicht, also ist das der Standardwert, ist null. Da passiert nichts. Heißt für uns, wenn ich irgendwelche Werte habe, Referenzen auf Objekte und mir sicher sein will, dass diese Sachen wirklich überall gleich sind und ich in dem guten Fall bin, dass sich dieser Wert nichtmals ändert, machen wir einfach ein Final dran. Das ist tatsächlich teuer, weil ein Refresh und ein Flush ist halt immer relativ teuer, weil die Threads müssen blockiert werden, da müssen Daten geschrieben werden, Heap muss aktualisiert werden, etc. Das Final passiert aber genau nur einmal, nämlich dann, wenn der Wert initialisiert wird. Das passiert meistens irgendwo am Anfang des Programms oder wenn ein Objekt initialisiert wird. Da gehe ich davon aus, dass das ein bisschen Overhead braucht. Einfach machen und es passiert. Tatsächlich bin ich momentan so ein bisschen auf der Agenda einfach so viel Final wie möglich und so wenig wie nötig halt da ist. Also ich versuche, möglichst viele Varianten einfach Final zu deklarieren, gerade wenn ich im Konkurrent-Umfeld bin, was ja immer, immer mehr kommt, um da einfach relativ safe zu sein von den Werten, die ich habe. Wichtig allerdings, wie bei allem, was ich jetzt hier vorstelle, dieses Final, wir haben hier einen Primitivwert int, da wird der Wert kopiert. Wichtig, das ist eine Referenz. Also wenn ich eine Referenz auf ein Objekt habe, geht dieses Final nur für die Referenz, nicht für das Objekt, das da drin ist. Wenn das Objekt selber keine Final-Variablen hat, wird zwar die Referenz auf das Objekt geflasht, aber die Inhalte von dem Objekt vielleicht nicht. Also da Vorsicht. Kommen wir zu dem nächsten Vertreter, das Volatile. Sieht man relativ selten tatsächlich, obwohl das eigentlich ein sehr schönes Konstrukt ist, das uns da Java an die Hand gibt. Genau, ja. Was macht dieses Volatile? Ein Volatile garantiert uns Folgendes. Sobald ich ein Volatile schreibe oder ihm einen Wert zuweise, passiert sofort ein Flasch in den Heap. Sobald ich ein Volatile lese, und hier ist das wichtig und hier der Unterschied zum Final, bei jedem Lesen passiert ein Refresh. Das heißt, dieses Volatile ist relativ teuer in der Benutzung, also während der Laufzeit. Von daher dieses Volatile immer da benutzen, wo ich wirklich gesharten State habe, also da, wo ich wirklich von mehreren Threads genau auf diesen Wert zugreife. Eignet sich tatsächlich für irgendwelche Steuerflags oder sowas, da kann man das sehr gut einsetzen, weil auch hier wieder gilt, dieses Mal habe ich es reingeschrieben, für Primitivwerte wird dann natürlich sofort der Wert geflasht, für Referenzen nur die Referenzen. Sobald ich das Flag jetzt lese, wir machen ein Refresh auf das Flag, ist dann auch garantiert, dass Number auch einen kompletten Refresh hat? Achso, okay. Die Frage war, wenn Flag hier gesitzt wird und hier gelesen und ein Refresh passiert, ob dann dieser Refresh auch irgendwie einen Einfluss auf Number hat? Tatsächlich nicht. Dieser Refresh passiert dann nur für diese Volatile-Variable, für keine andere. Wenn ich sowas machen will, habe ich einen anderen Aspekt, das ist das Synchronize. Das hat, wer sich mit Java befasst und irgendwie wenn man so ein dickes Java-Buch liest, kommt das meistens irgendwo direkt in der Mitte vor, ist tatsächlich eines der umfangreichsten Feature, weil es halt sehr, sehr viel Fallstricke hat und man da echt tief auch in die Materie einsteigen kann. Deshalb will ich hier einfach erstmal mit einem Beispiel anfangen, wie dieses Synchronize tatsächlich funktioniert. Wir haben einen Thread 1 und Thread 2 und jetzt kommen einfach kleine Operationen rein. Der Thread 1 macht die Operation A, der Thread 2 macht die Operation 1, dann kommt die Operation B und dann kommt die Operation 2. Dieses Synchronized arbeitet jetzt mit sogenannten Locks. Das sind einfach Objekte, das kann hier oben einfach so ein New Object sein, die mir garantieren, dass dieser Lock genommen werden kann, aber auch wieder zurückgegeben werden kann. Sobald ich ihn habe, kann ihn kein anderer nehmen. Genauso, wenn ich ihn zurückgebe, kann ihn dann ein anderer nehmen. Das Java Memory Model klebt quasi an jedes Objekt, das ich irgendwo in meinem Java Programm benutze, so ein Lock an jedes Objekt dran. Das heißt, ich kann tatsächlich jede Referenz auf Objekte auch als Locking Mechanismus verwenden. Wie funktioniert das jetzt im Synchronized Umfeld? Ich habe hier oben mein X und der erste Thread sagt, ich möchte gerne deinen Lock haben. Das X sagt, okay, wo kommst du? Jetzt kommt der zweite Thread an, sagt, ich hätte auch gerne deinen Lock. Objekt sagt, kannst du nicht, Thread 1 hat das. Das heißt, dieser zweite Thread wartet jetzt so lange, bis es den Lock irgendwie bekommen kann. Der erste Thread hat ihn, arbeitet munter weiter, macht seine Operation C, während der zweite Thread einfach wartet. Der erste Thread ist jetzt fertig und sagt, okay, ich mache einen Unlock. Der zweite Thread, der die ganze Zeit wartet, wunderbar, bekomme ich und kann mit seinen weiteren Operationen arbeiten. Was passiert da jetzt in unserem Speichermodell, also Refresh und Flush? Sobald ich dieses Synchronize benutze, jetzt kommt der Punkt von eben, wird dieses Flush und Refresh Operation nicht nur auf einzelne Variablen angewendet, sondern auf den kompletten Cache meines Threads und auch auf den kompletten Heap. Das heißt, sobald ich einen Lock bekomme von einem Objekt, macht das Java Memory Model erstmal einen kompletten Refresh von dem, was ich gerade im Cache habe. Das heißt, ich habe vielleicht ja nur 10% der Variablen, die sowieso nur im Heap sind, aber die kenne ich und von denen möchte ich jetzt gerne den aktualisierten Wert haben. Java Memory Model sagt, okay, du hast Synchronize benutzt, du bekommst einen kompletten Refresh von allen Daten, die du gerade im Cache hast. Das heißt, hier kannst du sicher sein, dass du alle aktualisierten Daten hast. Sobald ich das Unlock mache, passiert das Gegenteil, es passiert ein Flush. Auch hier sagt das Java Memory Model, alles klar, dein Programm hat jetzt gearbeitet, du hast die Daten verändert, dein Lock wird jetzt freigegeben, ich flasche jetzt erstmal den kompletten Cache zurück in den Heap. hat den Grund, hat den Grund, wenn jetzt Thread 1 an dem C irgendwelche Daten verändert hat, die auch den zweiten Thread betreffen, bekommt er hier unten an der Stelle direkt seinen Refresh, das heißt, alle aktualisierten Daten, die er gerade im Cache, alle aktuellen Daten von den Variablen, die im Cache sind, aus dem Heap heraus. Wie sieht das Ganze im Code aus? Erstmal bis hierhin, soweit verstanden. Gut. Ich habe hier eine Liste von Strings, das ist mein SharedState. Das ist also ein Wert, der von mindestens zwei Threads irgendwie beschrieben und gelesen werden kann. Ich habe meinen ersten Thread, der, wir gehen jetzt davon aus, hier drumherum ist eine Klasse und kann diese Methode jetzt hier mit einem Synchronized versehen. Der Log, der jetzt hierbei ist, das ist in diesem Fall die Sys-Referenz, also die Referenz auf mein Umgebnis-Objekt. Ich habe hier so eine relativ teure Operation und sage dann dem SharedState bitte adde mal den Namen, der hier übergeben wurde. Ich habe einen zweiten Thread, hier poppt Syn, die ist auch synchronized, auch hier gehen wir davon aus, die Methode ist in derselben Klasse wie diese Methode drin, auch in dem selben Objekt, also synchronized arbeitet jetzt mit derselben Sys-Referenz, das heißt, hier haben wir den gemeinsam genutzten Log und sagt einfach, wenn der SharedState nicht empty ist, dann remove bitte ein Element, returne mir das, ansonsten not available oder sowas. Kann ich so machen, ist kein Problem, mein SharedState ist sicher, er ist in diesem Synchronized-Block, hier schreibe ich rein, er ist in diesem Synchronized-Block, hier schreibe ich wieder was raus, wir haben einen gemeinsam genutzten Log, alles kein Problem. In der Praxis habe ich dann aber folgendes Problem, ich habe hier eine Expensive Operation, die blockiert mir hier meinen Thread, das heißt, mein Thread 2, der hier vielleicht so einen Polling-Mechanismus hat oder sowas, blockiert jedes Mal, wenn diese Expensive Operation arbeitet, Datenbankzugriffe, irgendwelche IO-Operationen etc. Von daher ist das so ein bisschen der Best Practice, wie eben schon mal gezeigt, ich bastel mir hier so ein eigenes Objekt, das ist dann mein log-Objekt. Genau. Und, was hier auch noch passiert ist, ich schreibe mein Synchronized nicht an die Methode dran, sondern mache mir einen eigenen Synchronized-Block. Warum? Meine Expensive Operation hat jetzt überhaupt nichts mit diesem Shared State zu tun, das interessiert sich dafür überhaupt nicht, das hat keinen Einfluss, beziehungsweise diese Expensive Operation hat keinen Einfluss auf meinen Shared State, Also brauche ich es eigentlich auch nicht locken. Mich interessiert in dieser Stelle wirklich nur der Shared State. In diesem Fall blockiert hier nichts. Das Synchronized fängt jetzt hier unten an. Ich kann hier in der Klammer mein Log-Objekt angeben, also das Objekt, von dem ich wirklich das Log haben möchte. Synchronized geht hin und sagt, okay, hallo Log-Objekt, gib mir dein Log. Log wird blockiert, ich kann mein Shared State mit Daten befüllen. Auf der anderen Seite genauso, ich habe jetzt hier wieder Synchronized, ich benutze hier das Log-Objekt, das ist dasselbe, kann wieder auf meinen Shared State zugreifen und bin mir hier sicher, dass an jedem Zeitpunkt, wo ich auf diesen Shared State zugreife, ich entweder immer die aktuellen Daten habe oder nachdem ich etwas damit zu tun gehabt habe, das ganze Ding sofort in den Speicher zurückgeschrieben wird. Die Frage war, warum benutze ich ein eigenes Log-Objekt und nicht die Ressource, auf die ich zugreifen möchte. Kann man machen, also das ist nicht verboten, ist jetzt vielleicht so ein bisschen meine subjektive Meinung an der Stelle ist, ich möchte gerne die fachliche Trennung an der Stelle haben. Mein Shared State hat vielleicht einen anderen fachlichen Objekt als mein technischen Log-Mechanismus und da hätte ich gerne so ein Log-Objekt. Auch vom Lesefluss finde ich das dann ein bisschen einfacher, weil ich habe eine benannte Variable, die heißt Log oder Concurrent Log oder sowas. Das zeigt mir als Leser, Achtung, hier passiert irgendwas mit Concurrency, hier muss ich vielleicht ein bisschen genauer hingucken. Wenn ich das nur mit dem Shared State mache, dann kann ich das vielleicht überlesen. Okay, Shared State Add, Remove, Log, Synchronize, Shared State und überlese das vielleicht ein bisschen. Mit diesem Log habe ich direkt eine Variable, die so heißt und mir als Leser, du bist jetzt Entwickler in dem neuen Team, kommst rein, erstes Mal liest du den Code, oh, Concurrency Log, da passiert irgendwas Nebenläufiges und dann hast du einfach direkt ein bisschen mehr Augenmerk darauf. explizites Logging hier an dieser Stelle. Wichtig ist bei diesem Synchronize, wie ja eben schon gesagt, ich flasche den kompletten Cache in den Heap, bei dem Refresh aktualisiere ich die ganzen Variablen nochmal aus dem Heap zurück. Synchronize ist sehr teuer in der Laufzeit. Auch kann es passieren, wenn ich jetzt den Thread 1 habe und den Thread 2, da sind jetzt nur zwei Threads, ich habe aber vielleicht einen Schreibenden und 500 Lesenden. Wenn ich alle mit Synchronize mache, blockiere ich jedes Mal das komplette Objekt, immer nur ein Thread darauf zugreifen. Das kann sehr imperformant werden. Was man da jetzt noch dagegen machen kann, zeige ich jetzt als nächstes noch. Kommen wir mal noch zu ein paar Patterns. Also diese drei Sachen waren jetzt die Teile, die wirklich fix in die Sprache eingearbeitet wurden. Es gibt aber auch Libraries, die diese Features benutzen, aber auch Patterns, die man verwenden kann, eben genau mit diesen Eigenschaften. Das erste ist Immutable Objects. Bin ich mittlerweile echt großer Fan von, weil die Dinger echt einfach sind und gerade in den nebenläufigen Umfelden mir verdammt viel Arbeit abnehmen können. Ich habe hier mal so ein Beispiel mitgebracht, das ist eine Person, die hat First Name, Last Name, so ein Birth Date. Wichtig dabei ist, nicht nur Person muss Immutable sein, sondern auch die Objekte da drin. Ich habe jetzt hier, ich habe die absichtlich mal Public Final gemacht und da nicht mit Getter Setter zu arbeiten, weil ich tatsächlich in diesem Pattern finde ich dann Getter echt Boiler Plate. Ich habe alle Referenzen Final gemacht. Heißt, wenn ich dieses Objekt erzeugt habe, kann ich sicher sein, an diesen Referenzen wird sich nie wieder etwas ändern. Ich habe jetzt als Entwickler darauf geachtet und benutze intern nur Typen, die ebenfalls immutable sind. Tatsächlich ist das so, seit Java 8 ist ja auch jetzt Java Util Time oder Java Time halt Einzug gehalten und diese ganzen Datumsklassen zum Beispiel, das ist dieses Local Date hier unten, sind schon explizit immutable. Das heißt, da wird auch in der Java Library neuerdings immer mehr darauf geachtet. Muss ich natürlich reingucken in meine Library, ist sie wirklich immutable, ist sie concurrency sicher, etc. Das ist so ein bisschen die Krux, wenn ich da mit Libraries arbeite, da muss ich die Dinger natürlich sehr gut kennen, auch mal in den Code reingucken, in der Hoffnung, dass er open source ist und nicht irgendein proprietäres Zeug und gucken, dass die Dinger wirklich immutable sind. Wenn ich gute Library Schreiber habe, die schreiben mir das in die Kommentare, dass diese Klasse immutable ist und im Concurrency Umfeld verwendet werden kann. Viele tun es nicht und dann gucke ich mir erst mal genauer den Code an, aber gut, passiert. Das ist das Geburtsdatum weitergesetzt wie das Alter. Wenn die Person geburtsdacht hat, setzt das Geburtsdatum ein, die Arbeit und das Alter. Achso, okay. Ja, guter Hinweis. Hinweis war, wenn die Person Geburtstag hat, wird sie nicht ein Jahr älter, sondern ihr Geburtsdatum wird ein Jahr älter. Also eigentlich wird sie dann zwei Jahre jünger. Ist ja auch schön, weiß ich nicht. Gut, wird überarbeitet. Genau, an der Stelle sind wir denn auch direkt hier unten in dieser Has Birthday Methode. Wenn ich jetzt irgendwelche Änderungen an meinem Immutable Objekt mache, kann ich das nicht tun, weil die Dinger sind ja immutable. Aber ich kann eine Kopie erzeugen, die dann einen geänderten Wert hat. Und genau so arbeiten Immutable Objects. Ich habe jetzt hier eine Person, die hat Geburtstag und ihr Alter sollte erhöht werden. Was macht diese Methode? Sie liefert mir ein neues, komplett neues Objekt zurück, das dieselben Daten hat, wie das Ursprungsobjekt, aber hier hinten einen geänderten Wert. Im Endeffekt habe ich jetzt zwei Personen. Die eine Person, die noch keinen Geburtstag hatte und die zweite Person, Geburtstag hatte. Das ist aber nicht schlimm oder verkehrt. Das erleichtert mir tatsächlich im Concurrency Umfeld ungemein die Arbeit. Während nämlich mit dem alten Objekt der erste Thread noch arbeiten kann, arbeitet der zweite Thread schon mit dem neuen Objekt oder umgekehrt. Oder beide benutzen das neue Objekt und das alte wird irgendwann vom Garbage Collector weggeräumt. Ich kann mir aber sicher sein, dass sobald der zweite Thread irgendwie eine Referenz auf dieses Personenobjekt hat, die ganzen Daten immer aktuell sind. Dass das jetzt die Referenz auf das zweite Objekt ist, das liegt dann in meiner Verantwortung als Entwickler, dass ich natürlich auch die richtige Referenz wiedergebe. Ich kann mir aber sicher sein, dass ich an dieser Stelle niemals in Konflikte mit dem Memory Model kommen kann, dass da irgendwelche Seiteneffekten oder Geisterwerte auftreten. Nachteil ist natürlich, ich habe zwei Objekte, ein Objekt muss irgendwann weggeräumt werden, ist ein bisschen speicherlastiger. Aber Speicher ist günstiger als drei Tage ein Team an Concurrency Bug arbeiten zu lassen. Muss mal ein bisschen erklären an den Leuten, die sich ums Geld kümmern, aber mit ein paar guten Argumenten kommt man da echt weit, dass das doch eine gute Arbeit ist und dass man besser ein bisschen mehr Speicher kauft. Die Frage war, ich könnte ja auch alle Variablen einfach als Volatile setzen. Kann ich hier tatsächlich machen, funktioniert genauso gut. Volatile ist aber da tatsächlich noch teurer, da habe ich vielleicht weniger Speicher verbraucht, Volatile hat aber mehr Performance ein Boosen, weil es dann mehrmals flaschen und Refreshen muss. Während ich beim Final habe ich genau einmal ein Flush und einmal ein Refresh und dann bin ich fertig damit. Das ist so, kann man machen, also wenn man eher sagt, ich will Speicher, ich habe weniger Speicher, dafür aber ein bisschen mehr Prozessor Power, kann man das gerne mit Volatile machen, andersrum, ich habe mehr Speicher als Prozessor oder mir ist jetzt Performance wichtiger als Speicher, kann ich halt mit Mutable Objekten arbeiten. Verändernde Methoden liefern Kopien. sieht man mittlerweile auch in moderneren Sprachen jetzt allen voran zum Beispiel, weil ich es einfach jetzt in letzter Zeit ein bisschen mehr häufiger benutze in Kotlin, gibt es zum Beispiel solche Data Classes, die Dinge haben eine fest eingebaute Kopie-Methode, wo ich dann tatsächlich direkte Kopie mitgeben kann und ich kann dann über Parameter dann einzelne Werte verändern und habe genau dieses Pattern hier direkt mit dabei. Mit dem Volatile gibt es hier noch einen kleinen anderen Aspekt. Wenn ich so ein Immutable Objekt habe und irgendwo eine Referenz drauf sitzen habe, irgendeine Variable, kann ich diese Variable natürlich als Volatile markieren und sobald diese Referenz gesetzt wird, wird die im kompletten Heap verbreitet und ich habe sofort Zugriff auf mein Immutable Objekt. Auch da, wenn die Person jetzt Geburtstag hat, setze ich einfach die neue Variable oder diese neue Referenz auf diese Volatile Variable und auch hier verbreite ich sofort im Heap die neue Referenz auf diese neu kopierte Version und jeder Thread kann damit arbeiten. Sofern ein anderer Thread noch irgendwo eine Referenz auf das erste Objekt hat, weil es das vielleicht verarbeitet, gerade irgendwie in die Datenbank persistiert, tut das nicht weh, es hat immer noch seine alten Daten, es weiß noch nichts davon und bei der nächsten Speicher Iteration bekommt es die neue Referenz und kann die speichern. Genau, so sieht das aus. Ich habe hier so eine Volatile Person, setze das, Person hat Geburtstag, die Referenz wird hier direkt aktualisiert und unten kann ich eine Get machen und bin sicher, dass dieses Referenz oder eine neue Referenz hat, aber es hat keine Seiteneffekt behafteten Zwischenstände oder sowas da drin, ich muss mich hier nicht um Synchronisierung oder sowas kümmern. Genau. Dann gibt es mittlerweile einen Haufen Concurrency Libraries, allen voran die Java Concurrency Library, die seit Java 8 stark überarbeitet wurde. Wie ich finde, sehr gut, man kann tatsächlich jetzt viele neue Features einsetzen. Eins von beiden ist diese Executor Services. Es gibt hier so ein statisches Objekt oder ein Objekt mit statischen Methoden, worauf ich mir halt Executor Pools oder Thread Pools direkt erzeugen lassen kann. Hat da den großen Vorteil, ich kann mit so einem Thread Pool relativ schnell diesen Thread Pool erzeugen, die Threads laufen direkt mit dabei und ich kann jetzt mit diesem Executor Service über Lambda Konstrukte oder Runnable Objekte, wenn ich solche Sachen habe, kann ich diesen Executor Service sagen, okay, du hast hier irgendwas, was du in irgendeinem Thread ausführen kannst, mach. Und dieser Executor Service 28 Threads ist ein bisschen viel, normalerweise habe ich dann so 4 oder 8 oder keine Ahnung was, nimmt sich halt irgendeinen laufenden Thread und weist dem dieses Runnable oder dieses Lambda einfach zu und arbeitet den ab. Warum mache ich das? Ich kann in dem Fall beziehungsweise diese Executor Services geben mir dann ein sogenanntes Future Objekt zurück. Was ist die Philosophie dahinter? Ein Executor Service bekommt irgendeinen Ausführungsteil, soll es ausführen, dieses Teil macht vielleicht irgendwelche Berechnungen, gibt mir ein Ergebnis von Typ T zurück und in dem Fall hier von Person und gibt mir daraufhin ein Future von Person zurück. Das heißt, hier habe ich ein Some Future Person. Dieses Future beschreibt mir einfach Folgendes, diese Person, die in diesem Future drin ist, die kann jetzt berechnet sein, sie muss aber noch nicht berechnet sein, das kommt irgendwann in der Zukunft, aber du kannst jetzt schon mit dem Ergebnis arbeiten, indem du mir einfach weitere Berechnungsschritte gibst und ich arbeite die einfach der Reihe nach ab, sobald ein Ergebnis vorliegt. Das kann ich hier unten machen. Ich habe hier mein Some Future Person, dann rufe ich auf dieses Objekt die Then Apply Methode auf, übergebe hier wieder ein Lambda und sage dieser Person und hab bitte Geburtstag. Was dann passiert ist, dieses Some Future Person gibt wiederum ein Future zurück und diese Person, die hier drin ist, die wird ein Jahr älter sein. Dieses Lambda hier unten aber, wird es dann ausgeführt, wenn dieses Lambda hier oben, also mit dem Thread Sleep 400, irgendwann mal ausgeführt wurde. Warum mache ich das? Achso, hier unten ich habe dann hier so eine kleine Get-Methode, es hier block ich dann und warte hier wirklich auf das Ergebnis. Was kann ich damit machen? Ich kann mit solchen Objekten bzw. mit solchen Lambda ausdrücken, insofern ich hier drin relativ immutable arbeite, kann ich sehr viel Concurrency Arbeit einfach auslagern. Heißt, ich habe irgendwie einen Webclient, einen Datenbank Zugriff Teil, die möchte ich irgendwie einen eigenen Blocking Thread einfach auslagern, bekomme ein Future von irgendwelchen Sachen zurück, gebe denen dann einfach die weiteren Berechnungsschritte an und sage denen dann, okay, wenn das Ergebnis irgendwann mal da ist, in den nächsten 200 Millisekunden, morgen, nächste Woche, dann führe diese Berechnungsschritte aus. Ich muss mich hier nicht mehr darum kümmern, dass ich ein Ergebnis bekomme oder vielleicht nicht bekomme, dass ich irgendwelche Polling-Mechanismen habe, dass ich irgendwie einen Locking-Mechanismus habe, der irgendwie auf diesen noch nicht vorhandenen oder gewarteten Zustand hat und kann hier sehr gut einfach meine Arbeit auslagern. Wenn ich aber trotz allem ums Locking nicht drum rum komme und die ganzen Patterns nicht helfen, dann gibt die Concurrency Library mir aber auch ein paar andere Helfer-Lines, damit das einfach diese ganzen Locking-Sachen einfach ein bisschen einfacher werden. Wir hatten ganz am Anfang den Fall mit dem 64-Bit-Long, der auf 32-Bit-Maschinen so zwei Operationen hat. Damit diese Operation atomar ist, das heißt diese Zuweisung auf einem Long atomar bleibt, auch inkrementell oder Inkrements davon auch atomar bleiben, gibt es das Atomic Long, die gibt es auch für Int, Double, etc. Dieses Atomic Long kann ich mit einem Wert initialisieren, das ist schon mal atomar an der Stelle, und ich kann dem hier sagen Increment and Get. Diese Methode blockiert tatsächlich diesen Wertebereich, inkrementiert den Wert und gibt ihn mir zurück. Diese ganze Operation ist an der Stelle wirklich atomar, das heißt ich kann mir hier sicher sein, dass zwischen dem Inkrement des eigentlichen Wertes und vielleicht diesem Return Wert dabei ist, niemals irgendwelche Seiteneffekte auftreten können. Fürs Locking gibt es sogenannte direkte Lock Klassen, da spielt wieder dieses an der Stelle auch einfach diesen fachlichen Aspekt rein, dass ich ein eigenes Lock Objekt habe, es gibt dann einfach in der Java Concurrency Library verschiedene Typen von Locks, in dem Fall hier ein Reentrant Lock, den kann ich einfach hier mit einem New Reentrant Lock erzeugen und dieser Reentrant Lock hat zwei Methoden, einmal Lock und einmal Unlock und der macht mir tatsächlich an der Stelle nichts anderes als das Synchronize, was ich einen sehr schönen Locking Mechanismus den ich dann halt mit Methoden und Objekten vollführe statt mit direkten Sprachmechanismen unter der Haube benutzt das Ding aber genauso diese Synchronize Mechanismen die wir schon kennengelernt haben jetzt ist es aber ja so ich habe 25 Threads einer schreibt alle anderen lesen die Lesen Threads will ich eigentlich nebenläufig haben weil wenn der Wert einmal gesetzt ist kann den Wert verändere das heißt eine Schreiboperation habe dann möchte ich sicher sein dass mir da kein Lesener irgendwie dazwischen funkt für diesen Fall gibt es den reentered read write lock der hat einen schönen Aspekt ich kann mir nämlich mit diesem Lock Objekt erst mal ein zweites Read Objekt und oder ein Write Objekt erzeugen das heißt ich irgendwie ein Shared State den möchte ich sehr oft lesen lassen also erzeuge ich mir für jeden Lesen Thread einen Read Log dieser Read Log hat jetzt so viele Logs wie ich haben will das heißt sobald ich lesen kann oder lesen möchte bekomme ich jederzeit den Zugriff auf dieses Objekt das Write Log ist jetzt aber für den Schreiben Thread vorgesehen und dieses Write Log macht jetzt folgendermaßen sobald ich in dem Write Log auf Log gehe ist quasi alles geblockt das heißt auch ein Read Log bekommt keinen Log mehr ich als Schreiber blockiere quasi alle Threads um jetzt genau diesen Shared State irgendwie zu manipulieren zu verändern sobald der Write Log dann wieder einen Unlock macht bekommt auch jeder Read Log wieder Zugriff und Read Logs untereinander halt immer ein anderes was man tatsächlich sehr oft findet sind sogenannte Semaphoren muss ich persönlich dazu sagen ich habe die Dinger noch nie eingesetzt es gibt sie aber ein Semaphore ist ja ein N-Log sage ich mal weil ich kann hier tatsächlich definieren erzeuge mir einen Log der drei Logs hat und ich kann diesem Semaphore sagen acquire 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 bekomme jedes Mal Zugriff das vierte acquire blockiert bis einer von denen hier wieder freigibt ja könnte ich mir tatsächlich an der Stelle vorstellen wenn ich eine lesende Ressource habe die aber nicht mit allzu vielen Thread bombardiert werden soll weil die irgendwie ein bisschen Berechnungen macht währenddessen etc weiß ich nicht aber für solche Sachen könnte ich dann den parallelen Zugriff auf Objekte ein bisschen reduzieren und da einen künstlichen Flaschenhals erzeugen was es auch noch gibt das ist jetzt an der Stelle halt der Java Collection API geschuldet weil die Java Collection API ist halt von vorne bis hinten komplett mutable und da hat die Java Concurrency die sogenannte Copy and Write Array List was macht die eigentlich was der Name sagt sobald ich lese passiert nicht viel sobald ich aber irgendeine Veränderung in der Liste habe wird die komplette Liste einmal von vorne bis hinten kopiert die Änderung wird vollzogen und sie wird mir zurückgegeben der Nachteil an diesen Konstrukten ist ich habe tatsächlich zwei vollständige Listen wenn ich da jetzt irgendwie eine Liste mit eine Million JPEG Bildern habe zwei Liste mit einer Million JPEG Bildern die ist verdammt teuer einfacher aber da gibt es leider in der Plain Java Welt noch kein Pendant zu sind in der Stelle Immutable Listen wie sie Kotlin oder Scala hat die mittlerweile direkt mit an Bord die sollten mit Immutable Objekten befüllt werden und mit Immutable Referenzen die arbeiten mit einem relativ performanten Referenz System unter der Haube also so Link List Systeme sind das im Endeffekt wenn ich solche Möglichkeiten habe so Systeme einzusetzen in den Listen machen also diese Copy and Write Array Liste die eignet sich wirklich dann wenn ich Concurrency habe nur Mutable Listen benutzen kann und in der Hoffnung dass ich sehr selten schreibe dann kann ich solche Sachen verwenden was es auch noch gibt da geht schon mein Lecker an sind die Unmodifiable Lists das ist so ein kleiner Wrapper den kann ich um eine vorhandene Mutable Liste drum rum legen und ich bekomme eine Liste mit der ich nichts mehr machen kann außer lesen ist hier ein bisschen blöd weil die API ändert sich nicht das ist vom Typ oder von einem Interface List die hat immer noch die Add und Remove Methoden die schmeißt mir dann aber eine Exception ich als API Benutzer der jetzt einfach nur ein List Objekt habe finde ich das persönlich ein bisschen unschön sind auch solche das sind ja aber gerade hier einfach so Konstrukte dem Alter dieser Collection API geschuldet ist um die irgendwie zu versuchen in die modernen Concurrency Welt reinzukriegen Gut das sind so kleine Helferlines die da noch in der Concurrency Library rumfliegen es gibt da noch zig andere guckt sie euch an sind eigentlich sehr spannend was das angeht ja zum Ende zu sagen ich habe mal versucht diese ganze Concurrency Thema in der praktischen Arbeit mal so auf vier Grundsätze runter zu brechen einerseits nutze Immutable Objects und Kopiermechanismen da bin ich sehr sicher mit weil sobald ich Immutable habe und nur kopiere bin ich sicher dass ich keine Probleme oder keine großen Probleme mit Concurrency bekomme identifiziert gemeinsam genutzte Objekte das ist eigentlich das schwierige an der Concurrency denn sobald ich das hier habe und weiß was mein Shared State ist da kann ich dann einen guten Locking Mechanismus drum setzen die meisten Fehler passieren dann wenn ich meine gemeinsam genutzten Objekte nicht kenne also da mehr Zeit für aufzuwenden wirklich den Shared State zu identifizieren und den gut abzusichern genau passiert hier unten eigentlich genauso schütze diese Shared State Objekte und aber auch nur diese es nützt mir nichts wenn ich irgendwie eine Variable blockiere die nicht von einem anderen Thread gelesen wird das brauche ich nicht das ist ein Performance Overhead der sinnlos ist an der Stelle und bevor ich einen eigenen Thread starte guckt mal ob ich nicht auch einen Thread Pool erzeugen kann der einfach die ganze Zeit mit läuft weil ein Thread zu starten ist auch hier wieder sehr teuer das geht runter bis ins Betriebssystem ist nicht schön mit Thread Pools kann ich hier sehr viel Abhilfe schaffen gut und was ich hier noch ich will jetzt keine Werbung für dieses Buch machen aber das ist echt gut hat mir persönlich sehr viel geholfen hier noch von Angelica Langer der Blog der ist eigentlich auch sehr gut der geht auch tief in das Java Memory Model rein also auch noch einen Ticken tief als keine Handys mehr zu sehen wunderbar ansonsten vielen Dank ja natürlich gut fragen punkte Die Frage war in diesen Futures gab es die Zen Apply Methode die mir einen weiteren Ausführungsschritt nach meiner eigentlichen Ausführung passiert in welchem Thread wird diese weitere Ausführung ausgeführt die Zen Apply Methode in diesem Fall wird demselben Thread ausgeführt wie auch die ursprüngliche Ausführung gemacht wurde ich kann aber auch Zen Apply Async machen die passiert dann in dem neuen Thread der irgendwo passiert also bei der einen blockiert mir quasi dieser andere Thread noch mit dem anderen kann ich das Ganze dann weitermachen der Ursprung Thread wird davon nicht berührt also da wo das Future mal irgendwann erzeugt die Aufgabe weitergegeben wurde ok ok dann vielen Dank Dank Vielen Dank.